Um die Schriftgröße und Schriftart zum Beispiel in einem Menü oder auf dem Desktop zu ändern, muss man nicht immer gleich den Konfigurationssitier benutzen. Das geht auch einfach. Man klickt auf System, Einstellungen und klickt auf Schrift. Oder man klickt auf Anwendungen, Zubehör. Schauen wir mal und gibt den Befehl gnome-font-properties ein.